3, 2, 1, 3, 2, 1. 10 Dinge, die du bei einem Konsul ESFJ niemals machen solltest. Und auf Platz Nummer 10 ist Intransparenz. ESFJ Konsul liebens mit Menschen in Austausch zu gehen und einfach so ein bisschen herauszufinden, was steht an, was ist jetzt neu im Leben von einer gewissen Person. Und sie haben einfach durch die Introverted Sensing und die Introverted Thinking ein gewisses Framework, das sie verfolgen. In diesem Framework steht einfach drinnen, wie gewisse Rollen ausgelebt gehören, wie gewisse Traditionen bestehen und fortgesetzt werden sollen. Und für sie ist es einfach klar, oftmals in ihrer Welt, dass man sie austauscht und gewisse Dinge preisgibt. Sollte man also alles für sich behalten und einem Konsul am ESFJ nicht preisgeben, was gerade ansteht, kann das dazu führen, dass ESFJ zum Interpretieren oder teilweise sogar zum Urteilen anfangen. Platz Nummer 9, einseitige Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn Konsule merken, es sind in einem Gespräch zum Beispiel speziell nur sie, diejenigen, die Fragen stellen, die also Interesse zeigen, dann bringt sie das so ein bisschen aus dem Konzept und sie entwickeln eben unterbewusst so eine Unsympathie für das Gegenüber. Und das ist natürlich, was man als Gesprächspartner nicht machen sollte. Deswegen zwischendurch Interesse zahlen, Fragen stellen, einfach bewusst darauf achten. Auch wenn man gut und gerne zuhört, ist das trotzdem ein Thema, wo sie ein Nicken haben möchten. Wo sie sehen einfach, okay, da ist jetzt gerade etwas da, wo eine Interaktion stattfindet. Und auf Platz Nummer 8 ist eine zu effiziente Herangehensweise. Und was ist damit jetzt gemeint? Wenn ein ESFJ zum Beispiel in die Firma kommt, liebt er mal den emotionalen Austausch. Das heißt, einfach in der Früh gemeinsam kurz einen Kaffee trinken, ein paar Minuten miteinander sprechen und dann zur Arbeit zu gehen. Und das gleiche ist in Meetings, das gleiche ist in der Freundschaft. Bevor man auf den Punkt kommt, will ein ESFJ, ein Konsul, dass man einfach mit ihr, mit ihm kurz spricht. Wie geht's? Was steht an? Und so weiter und so fort. Weil sie durch das Extravated Feeling Empathie vor Effizienz stellen. Und wenn man das nicht macht, dann kann es sein, dass sie sich ein bisschen angegriffen fühlen. Sie sind nämlich sehr, sehr sensibel. Was die Akustik angeht, also auch die Tonality in der Stimme. Und wenn man jetzt zu effizient ist, dann kann das vermitteln, dass man kein Interesse an ihnen hat. Und das nehmen sie sehr persönlich. Deswegen bitte immer bewusst sein, ESFJ brauchen eine gewisse Aufwärmphase, bis man dann direkt auf den Punkt kommen kann. Platz Nummer 7. Der Geschlechterrolle nicht gerecht werden. Was in die Richtung geht, wo allgemein alles mehr offener wird. Dass Frauen genauso Karrieren anstreben, ist etwas, wo Konsule ESFJ, Frau, sowohl auch Mann, sich einfach wohlfühlen in diesen Geschlechterrollen. Das heißt, dass der Mann arbeiten geht, für die Familie sorgt. Und ihr könnt es euch, ihr habt das Beispiel schon einmal gebracht, das wir in einem Schwarz-Weiß-Film vorstellen, wenn der Mann mit seinem Aktenkoffer nach Hause kommt und die Frau kocht zu Hause schon für ihn und für die Kinder. Und dann sitzt man dort gemeinsam am Tisch und man isst dort auch gemeinsam. Das heißt, solche typischen, traditionellen Bilder, wie jetzt ein Mann und eine Frau eine Beziehung führt, so etwas haben ESFJs einfach gerne. Wie das auch der Mann zum Beispiel, wenn man was trinken geht oder essen geht, dass auch der Mann dafür zahlt. Und das typische Gentleman-Dasein und die Frau eben diejenige, die die Weiblichkeit ausstrahlt und es einfach liebt, um sorgt zu werden. Und das ist etwas, was ESFJs einfach nicht nur gerne haben, sondern auch erwarten. Und es da jetzt aber noch einmal klarzustellen, auch was Geschlechterrollen angeht, weil das oft gerne mal ein kritisches Thema ist. ESFJs haben es einfach gerne traditionell und das sind traditionelle Geschlechterrollen. Das jetzt da in der modernen Gesellschaft, in der wir leben, Frauen, ESFJs genauso männerdominiert sind, aber ESFJs wie Männer auch gerne in der Küche stellen, also das sollte von dem her eh selbstverständlich sein. Wir meinen speziell damit, dass ESFJs, wie gesagt, einfach Traditionen lieben und das so ein Grundgedanke, ein Grundbild haben, wie sich gerne eine Beziehung gestalten lässt. Auf Platz Nummer 6 ist die Verantwortungslosigkeit. ESFJs sind sehr pflichtbewusste Menschen, vor allem wenn es um die Familie geht, wenn es um die Gesellschaft geht, um soziale Schichten und so weiter und so fort. Und wenn sie das Gefühl haben, dass jemand das Ganze vielleicht gefährdet, weil er ein kompletter Querdenker ist, weil er jetzt einfach hergeht und gewisse Rollen, die die Familie jetzt noch nicht kennt, infrage stellt, weil er einfach etwas macht, das in ihren Augen verantwortungslos ist, dann wird es auch happig. Dann werden sie da auch oft einmal schon sehr direkt, dann können sie da wirklich Klartext darin, dass sie das überhaupt nicht gut finden. Und da ist immer wichtig, sie bewusst zu sein, dass ein ESFJ wirklich einen sehr hohen pflichtbewussten Ansatz hat und immer schaut, Verantwortung zu übernehmen. Es sind oft die Menschen, die Familien zusammenhalten und ESFJs sind oft wirklich auch so die Mittelmänner, die sehr, sehr diplomatisch vermitteln können und sie möchten das auch. Und deswegen wissen sie auch, sie schätzen es einfach nicht, wenn jemand eine Beziehung gefährdet, wenn jemand aufgrund von egoistischen Zielen hergeht und sein eigenes Wohl über das gesellschaftliche Wohl stellt. Also das sind alles Dinge, die finden sie verantwortungslos und geht bei ihnen gar nicht. Auf Platz Nummer 5, Traditionen zu brechen. Also wie wir schon gehört haben, ESFJs lieben einfach gewisse Strukturen, haben es gerne, dass sie einfach Erwartungen auch an etwas haben dürfen und sie wollen das natürlich auch so. Das Ding ist, Traditionen zu brechen, ist ein absolutes No-Go, weil natürlich sind sie oft für Veränderungen, aber für zu viel Veränderung, vor allem für etwas, was oft in der Kindheit schon gestartet ist, dass man beim Essen überhaupt zusammensitzt und erst alle aufstehen gemeinsam, wenn jeder fertig ist. Das ist so eine Tradition, das war wichtig, das gehört einfach zu gewissen Werten dazu, die man sehr geschätzt hat in der Kindheit und man hat das einfach gerne genauso als Erwachsener, sage ich mal. Das ist so eine Tradition, die möchten sie beibehalten. Oder dass es etwas ist, dass jeden Sonntag wird ein Spaziergang gemacht. Komplett egal, wie die Tradition sich auch immer gestaltet, oft wird es, wie gesagt, in der Kindheit geknüpft und wenn man da immer nur gegen die Strömung schwimmt und Neues und für Veränderungen sorgen möchte und Tradition komplett außer Acht lässt, dann finden sie das einfach nicht gut, weil sie Gewohnheiten einfach auch gerne haben. Und wenn man so ein richtiger Traditionsrebell ist, wenn man so möchte, sowas schätzen sie einfach gar nicht. Punkt Nummer 4, wenn man nicht mit beiden Beinen im Leben steht. Und das ist wirklich etwas, das wird oft unterschätzt. RSFJ wollen jemanden, der einfach nicht komplett abkommen ist, der komplett durchs Leben schwebt und einfach überhaupt nicht ankommen ist. Der jetzt zum Beispiel einfach sich, so ein Paradebeispiel, komplett seiner eigenen Philosophie hingibt und dadurch vergisst, dass er zum Beispiel Geld verdienen geht, dass er einfach gewissen Pflicht nicht nachkommen kann, weil er so einen komplett anderen Weg geht. Das heißt, das hat wieder so ein bisschen mit Verantwortung zu tun, weil er RSFJ gerne dann an die Familie denkt und zum Beispiel eine weibliche RSFJ denkt sich, okay, wenn der Mann so abkommen ist, wie soll der Familie erlernen? Und der männliche RSFJ denkt sich, ja, im Umkehrschluss, okay, wie soll das funktionieren? Wie soll er eine normale Konversation führen können, die auf Realität beruht, wenn meine Partnerin so abkommen ist? Also abkommen meint wirklich, dass man in einer Traumwelt lebt, jeglichen Fantasien nachjagt und es bei weitem über den Realitätssinn stellt und dadurch zum Beispiel kein Einkommen hat, dadurch einfach zum Beispiel auch nicht einen sozialen, fixen Kreis hat, dadurch auch nicht wirklich seine Beziehungen pflegt. Also das sind alles Dinge, die schrecken am RSFJ definitiv ab und da ist es ganz wichtig zu wissen, sei dir immer bewusst, dass du dein Leben einmal so quasi im Griff haben solltest, laut gesellschaftlichen Regeln, weil das haben wir auch schon gehört, Tradition und Co., weil dann wird der RSFJ definitiv offen sein, auch eine langfristige Beziehung zu knüpfen. Wenn das fehlt, dann ist der RSFJ dahin. Ist er dahin. So, jetzt sind wir bei dem Top 3 angelangt und der dritte Punkt ist Status hinterfragen. Also bitte auf keinen Fall machen, Status hinterfragen ist etwas, was Sie so frustriert und was Sie dazu bringt, sich komplett zurückzuziehen oder auch komplett in die Offensive zu gehen, weil Ihnen das schlussendlich eine gewisse Sicherheit gibt, wie Sie einer Gesellschaft gesehen werden. Das heißt, wenn man jetzt der Status, was ist das jetzt, ein Status im Beruf jetzt da, ich habe jetzt den Beruf als Installateur, habe da natürlich ein gewisses Wissen darüber und wenn jetzt eine außenstehende Person jetzt zu mir kommt und sie in die Richtung, was willst du mir über Installation und Rohrverlegen erzählen, dann ist das etwas, wo Sie sagen, hey, warum hinterfragt mich der gerade? Also das ist das, wo ich mich irgendwo identifiziere in der Gesellschaft, wo ich einen Mehrwert gebe und ich werde da jetzt einfach hinterfragt. Oder wenn mir jeder ständig gescheit hineinredet, wenn ich jetzt zum Beispiel Mama oder Papa worden bin und mir sagen möchte, wie ich mein Kind großziehe. Das heißt, das sind einfach so Dinge, den Status, den meine Gesellschaft einfach hat, wenn der hinterfragt wird, wo man nicht ernst genommen wird, wo auch das Wissen, Fähigkeiten hinterfragt werden. Also das ist ein absolutes No-Go bei Konsulen. Platz Nummer zwei. Und jetzt bitte wirklich aufpassen. Also jetzt kommen wir zu zwei Punkten. Wenn die wirklich passieren, das geht überhaupt nicht. Und zwar Platz Nummer zwei ist Kritik. Kritik, egal ob Kritik in konstruktiver oder destruktiver Art und Weise, ESFJ sind von allen 16 Personalities die kritikscheuesten Menschen, die es gibt. Warum ist das jetzt so? Schauen wir uns das einmal an. Sie haben im Cognitive Stack, also bei ihren kognitiven Funktionen, Introverted Sensing als Authority Function, was das Verhalten am stärksten nach außen hin beeinflusst, in Kombination mit Introverted Thinking und der Divergent Funktion. Das bedeutet, sie beobachten sehr fokussiert durch das Introverted Sensing, also Fokus auf ein Detail im Inneren, ihr inneres Framework, das sie aufgebaut haben durch die Jahre, das sie kennengelernt haben. Und wenn jetzt jemand von außen daherkommt und er äußert Kritik, passiert es, dass sie das Gefühl haben, als würde es jemand in einen Abgrund stoßen. Warum? Durch das Beobachten, durch die Divergent Funktion, ist es so, dass sie nicht wirklich das Gefühl haben, aktiv ihr Framework verändern zu können. Das ist sehr aufwendig für sie, das braucht da sehr lange Zeit, damit sie einfach ihr Lebensframework, das heißt, wie sehen sie das Leben, ob sie wirklich die Herangehensweise, wie sie Entscheidungen treffen. Wenn sie das einmal entwickelt haben, beobachten sie das die ganze Zeit. By the way, deswegen zum Beispiel, sind auch ESFJ mitunter die besten Astronauten, weil sie einfach sehr detailliert in die Erinnerung zurückgehen können und da Frameworks abrufen können, Abläufe abrufen können und das gleiche ist bei ihrer Entscheidungsfindung, bei Traditionen und Co. Und wenn jetzt Kritik geäußert wird, sagt man ihnen indirekt, schau her, der Weg, wie du Entscheidungen triffst, ist falsch. So wird das für sie zum Beispiel jetzt angenommen. Und das führt dazu, dass sie jetzt das Gefühl haben, Hilfe, der schubft mir jetzt in einen Abgrund, lasst ihn dort alleine. Wie soll ich mein Framework jetzt wieder aufbauen? Weil das Ding ist, sie haben in der dominanten Hauptfunktion Extroverted Feeling und durch das sind sie sehr anfällig gegenüber der Meinung anderer. Und jetzt kommt noch Extroverted Intuition in der Agency-Funktion dazu. Das heißt, Extroverted Feeling in einem sehr breiten Spektrum, nicht wie beim Protagonisten, wie beim ENFJ, sehr fokussiert, weil ein ENFJ im Gegenbeispiel dazu fokussiert sie auf einen sehr kleinen emotionalen Part. Das heißt, er lasst die Meinung von Menschen ihm wichtig zu und wird dadurch auch gern beeinflusst. Ein Consul hat Extroverted Intuition, das heißt, ihm ist die Meinung von sehr vielen Menschen sehr, sehr wichtig. Und das kann dazu führen, dass sie auf einmal nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch. Das bringt sie in einem Denkzyklus, wo sie einfach nicht mehr wissen, was sie jetzt für gut empfinden sollen. Sie hinterfragen vielleicht sogar die letzten Entscheidungen, die sie getroffen haben und wissen auch nicht wirklich, wie sie rauskommen, was sie jetzt davon halten sollen. Deswegen, ihr seht schon, wie extrem ausführlich das in die Tiefe gehen kann. Und wenn man jetzt Kritik äußert, ist es immer wichtig, sehr empathisch und geduldig vorzugehen. Und deswegen bitte immer bewusst sein, Kritik ist wirklich etwas, das ESFJ zutiefst verunsichert. Platz Nummer 1, Konflikt. Wer hat das, sind wir uns ehrlich, wer hat das schon gern? Ein Konflikt, eine Auseinandersetzung. Hat niemand gern, das mag wirklich keiner. Bei ESFJ speziell ist aber das Thema, dass sie in ihrem Umfeld, dass ihnen das auch so wichtig ist, dass da eine Harmonie einfach herrscht, dass sie ihren sozialen Kreis haben. Also die sind so gut, eben Kontakte herstellen, Kontakte knüpfen, diese pflegen. Und wenn da dann Konflikte entstehen, dann heißt das nicht einfach nur, okay, wir haben jetzt eine Meinungsverschiedenheit, sondern das naht so sehr an ihnen, dass sie sich fragen, okay, was mache ich da falsch? Bin ich wirklich nicht so gut? Bin ich nicht gut genug, die Harmonie beizubehalten in meinem sozialen Kreis? ESFJ ist das so wichtig, dass da wie gesagt, nicht nur in der Familie, Freundeskreis, sondern in dem Bekanntenkreis, der David hat es vorher schon erwähnt, ihnen ist das allgemein wichtig, so zu sein, dass man bei einer Veranstaltung, wo ESFJ grundsätzlich sowieso die meisten kennt, einfach jemand ist mit guter Laune, wo Positivität herrscht, wo man sofort ins Gespräch kommt und wenn Konflikte wo sind, also das bringt dem ESFJ dazu, sich komplett zurückzusehen, sich nicht dem Konflikt zu stellen, weil sie dann oft auch gar nicht wissen, okay, wie kläre ich das auf? Ich habe gar keine Lust drauf, das schmerzt eher nur, mich dem Konflikt jetzt da zu stellen. Ich vermeide den Kontakt, einfach lieber direkt mit der Person, als mich dem Konflikt jetzt so zu stellen. Yes, und wir hoffen, du hast wieder einiges für dich mitnehmen können, schick das ja gerne an die ESFJ, die du kennst und wir freuen uns schon, bis aufs nächste Video. Bis zum nächsten Video. Ciao. Was das lustig wäre, wenn bei jedem eigenen Punkt mein Couple sie wie im Uhrzeigersinn gerade... Chicken macht es. Ah!